Ronnö, wie ihr am Titel lesen konntet, wir machen wieder in diesem Video eine Challenge. Und zwar heißt die Challenge, wer als erstes einen Tempel in der Wüste findet, gewinnt. Teams sind so wie in der ersten Folge, jetzt ist auch by the way, jetzt oben verlinkt. Also könnt ihr mal vorbeischauen und ich würde sagen, wir starten direkt. Los! Okay, los, 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 los. Dann laufen wir wieder direkt zum Wasser. Dann sind da vielleicht wieder hier Fische. Äh, ja, können wir machen. Dann lass da direkt Holz holen. Und runter die Erde, direkt Steintools. Ja. Dann fange ich schon mal an. Wir brauchen halt unbedingt irgendwie Essen wieder für den Anfang. Dann mache ich mir ein Steinschwert und gehe schon mal Tiere schlachten. Und du kannst meinen gehen. Oder wie siehst du das? Ja, hier sind schon mal meinen. Und dann Priorität 1, würde ich sagen, Steinschwerter. Priorität 2, ähm, Ofen. Ja, perfekt. Hier ist eine Höhle. Okay. Eine fette Schlucht. Okay, gut. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Hier ist ein Mein Chef. Ich glaube, Wüste ist tatsächlich einfach nur, ähm, schnell finden. Beispiel mitnehmen, kurz mal braten, wenn man irgendwie Pause machen muss. Weil ich würde so viel wie möglich in der, äh, äh, am Tag schaffen. In der ersten Nacht können wir uns ja einmal einbauen und alles braten. Ja, ja. Stimmt, das ist stark. Lass uns tagsüber immer, ähm, irgendwie in Höhlen begeben oder so. Hast du schon, äh, Dingensfleisch? Ja, ja. Du musst in den Ofen nur platzieren. Platzierst du in den Ofen? Ja. So, als es durchkommt, dann durchziehen. Sorry. Ich habe aber noch ganz viel Hamelfleisch. Egal, egal. Wir gehen weiter. Ich habe Bock jetzt hier. Wollen wir zum Wasser und Boote nehmen wieder, oder? Ja, ja, ja. Sehr gut. Da ist ein netter Portal. Okay, gut. Hin. Da sind noch mal ganz viele Kühe. Äh, Eisen. Haltbarkeit. Schwert aus Gold. Eine Uhr. Wie viel Eisen? 31, äh, Nuggets. Da. Drei Nuggets kriegt man raus, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe. Okay, okay, dann, äh, dann mach. Dann, äh, crafte dir einen Eimer. Ah, ja. 100 IQ. Lass hier reinbauen. Komm einfach rein. Okay, lass uns nur unser Essen und braten und dann einfach laufen. Habe ich jetzt den Ofen nicht mitgenommen? Ich bin ein Experte. Läuft gut bis jetzt. Ich glaube halt wirklich, es gibt so viele, äh, Portale und so. Können echt auch so Eisen. Also, wenn man es mitnehmen kann, dann können wir halt so eine Nacht wiederum nutzen. Aber es ist halt gut, wenn wir eine Nacht durchrennen können, you know? Ja, aber wir können auch eigentlich so locker eine Nacht durchrennen. Also, ich denke. Boah, da sind vier Creeper. Alter, die sind wieder so geil auf dich, ne? Ja, austribbeln. Wir haben ja Boote, wir können hier übers Wasser. Ja, ja. Dann f*** uns Mobs auch nicht so hart ab. Müssen erstmal zu einem Ozean kommen. Das wäre halt echt gut. Weil, ähm, weil da sind halt viele Portals to go, ne? Jo, 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 was ist denn? Die sind so geil auf dich. Okay, jetzt wird wieder Tag. Und, äh, wieso? Ist das ein Ozean? Wäre geil. Ne, 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 ne. War den Fluss lang, ne? Äh, ja, ich sehe dich. Jawohl. Tom. Ist das ein Ozean? Nee, ist das... Ja, 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 ja. Okay, geil. Müsste, müsste, müsste. Ja, doch, ich glaube schon. Ne, oder? So, warte mal. Doch, ist Ocean, Ocean. Oh, 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 warte. Äh, hier sind so ertrunkenen Bums. Kann man ja mal looten. Aua. Arsch. Oh, 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 oh. Abbruch, 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 abbruch. Wow. Okay, der... Äh! Ultrasexuell ist tot. Oh, oh no. Oh, oh. Oh mein Gott. Ganz viel Eis. Okay, gut. 14 Eis haben wir und noch, äh, ordentlich klumpfen 22 Stück. Boah, es passt genau. Echt? Ja. Okay, dann schnapp den Boot. Abfahrt. Da ist festlandt. Rechts. Immer nur diese kacken Fichtenbiome da. Das ist nervig. Savanne. Was? Bruder. Ich hätte gerade... Ich hätte gerade ganz komischen Chunk-Lade-Dings. Oh, was ist da denn? Was ist das da hinten? Alter, das ist eine Burg. Burg. Ach so, diese ertrunkene Dinge an Land oder was? Weiß nicht. Ach, voll die komischen Geräusche. Hier chillt er nach. Hast du eine Picke? Ja. Ich mach mir einfach mal selbst eine. Das kann ja nicht angehen, dass ich keine Picke habe. Ist hier denn irgendwas? Was ist das? Ah ja, hier. Oh, wow. Was? Die Brees kommen, um mich zu knuddeln. Schau dir mal die Insel. Hilfe. Lauf, lauf. Boot, boot, boot. Mein Boot ist im Inventar. Komm rein, komm rein. Nein, nein, nein. Der ist nicht da drin. Töt ihn. Oh, komm rein, komm rein. Mein Gott, diese Fieger. Das steht halt jetzt. Egal, fahr einfach. Ja, wir haben ja Holz, alles gut. Was? Wir finden so ein Biom, aber keine Wüste, aber das ist naheliegend. Das ist okay. Wie groß ist denn das auch? Ja, das ist insane. Ich war noch nie so in so einem Biom. Jetzt haben wir Akats hier gefunden. Nice. Waren Delfine Fische? Äh, Fische haben ihre, äh, also Fische gehören, glaube ich, zur Kategorie der Wale oder der Meeressäuger. Weil Fische haben halt, der Unterschied ist halt, dass die Geschwanzflöße halt quasi so nicht von oben nach unten verläuft, sondern von links nach rechts bei Fischen. Äh, jawoll. Dorf, ne? Geil. Heuballen mitnehmen. Oh, wir müssen weiterrennen, Bert. Ich hab viele Heuballen. Einfach weiterrennen. Da ist noch ein Dorf. Shit, Digga. Holy shit. Mit einer Schmiede sogar. Das ist geil. Oh, oh, oh. Mal Diamanten. Kann man einen Diamantschwert machen? Gott, hier ist so eine Party, ne? Wir haben überhaupt keine Essensprobleme mehr. Lasst uns einfach laufen. Wir können jetzt nur noch laufen. Das ist ein Dschungel einfach. Scheiße, Mann. Das ist ein Dschungel. Junge, wollen die uns verraten? Bambusdschungel. Ja, kramm. Schöne Melonen. Ja, komm, Digga. Scheiß drauf. Kommen wir jetzt hindurch. Alles gut. Es kann nicht sein, dass wir ein Eisbium und ein Dschungel mehr haben als eine Wüste. Es ist wirklich... Oh, Ballen juckt. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Dschungel ist doch gleich Wüste, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Wanne. Zubille links. Ja, das ist gut. Aufsteigen. Warte, warte, wir fahren weiter. Da vorne ist eine Lehmwüste. What? Die finden wir? Ja, moin. Ja, moin. Das ist jetzt hier eine normale Strie, sag ich mal. Ja, komm, egal, wir laufen weiter. Warte mal einfach durch die Savanne steppen. Na, warte mal, da ist wieder Sand. Was? Ne, hier geht's auch noch. Ne, ich glaub, hier ist Wüste. Da haben wir. Ja, doch. Aber so ein bisschen. Doch, doch, doch. Ja, hier ist eine gute Wüste, komm. Lass es einfach mal hier laufen. Gönnen. Tempel! Nein. Jawoll, let's go, wir haben gewonnen. Jawoll. Wir haben dem Schrecken ein Ende gesetzt. Ja, keine Wüste. Wir hatten, das war jetzt die erste Wüste und direkt ein Tempel. So ein Schmutz. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Steht jetzt 2 zu 0 für mein Team. Wenn ihr vielleicht das mitbekommen habt, ich hab das jetzt eben in unsere Staffeln unterteilt. Also, die erste Staffel ist halt jetzt eben, ja, mit den Teams, wie ihr sie halt kennt. Und wer halt eben gewinnt, ja, hat halt gewonnen. Dann beginnen wir mit einer neuen Staffel. Dann geht das immer so weiter. Könnt ihr gerne Video-Ideen einmal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Aber lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare für den Algorithmus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.